In diesem Video geht es um die besten Nass-Trockensauger. Der Qualitätssieger in unserem Hass-Trockensauger-Test geht an den Tineco E-Floor 3. Mit leistungsstarken und zugleich ultraleisen Digitalmotoren beseitigt der E-Floor 3 hartnäckigen, klebrigen Schmutz mit Leichtigkeit, ohne dabei die Familie und die Haustiere zu stören. Das integrierte Digital-Display des E-Floor 3 bietet nützliche Informationen zum Gerät in Echtzeit und zeigt unter anderem den Akkustand, den Energiestatus, Blockadeangaben und einiges mehr an. Nie wieder verschmutzte Rollen anfassen. Mit einem Tastendruck lässt sich die Selbstreinigungsfunktion einfach einschalten. Das Gerät reinigt die Bürstenrolle und die Schläuche automatisch mit frischem Wasser und Reinigungsmittel und das Gerät bleibt dadurch sauber und einsatzbereit. Für einen vollkommen sauberen Boden sorgt das kontinuierliche Wischen mit frischem Wasser. Zwei Tanks sorgen dafür, dass das Wasser sauber und mit dem Reinigungsmittel von trockenem Schmutz und Schmutzwasser getrennt bleibt. Gut organisierte, durchdachte Aufbewahrung mit voller Ladefunktion. Die kompakte und komfortable Dockingstation des E-Floor 3 dient zum Aufbewahren und Laden des Geräts. Dabei reinigt es sich selbst und es bleiben keine Schmutzrückstände auf dem Boden zurück. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Bissell Crosswave 3 in 1. Der Bissell Crosswave saugt, wischt und trocknet unterschiedliche Hart- und Holzböden sowie Teppiche in nur einem Schritt. Ob bei der Beseitigung kleiner und größerer Missgeschicke im lebhaften Familienalltag oder bei der regelmäßigen Putzroutine im ganzen Haus, der Bissell Crosswave reinigt schnell und gründlich. Über die digitale Steuerungsoberfläche im Griff passen sie die Einstellung bequem auf den Bodentyp an und dosieren das Wischwasser nach Bedarf. Mit dem Bissell Crosswave haben sie jederzeit alles unter Kontrolle. Die Multi-Oberflächenbürstenrolle schrubbt und wischt ihre Böden gründlich, ohne dass Schmutzwasser dabei wieder auf den Boden gelangt. Die Dual-Tank-Technologie hält Wisch- und Schmutzwasser während des gesamten Vorgangs voneinander getrennt. Anders als bei Mop und Eimer wischen sie immer mit sauberem Wischwasser, ohne den Wassertank auswechseln zu müssen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Nass-Trockensauger-Test ist der Kärcher WD3 Premium. Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion weiter. So lässt sich zum Beispiel Laub mühelos aus einem Kiesbeet entfernen. Ideal bei Arbeitsunterbrechungen die Parkposition für schnelles und komfortables Abstellen von Saugrohr und Bodendüse direkt am Gerät. Durch das spezielle Material im Kärcher Patronenfilter ist sowohl Nass- als auch Trockensaugen ohne Filterwechsel möglich. Mit dem von Kärcher entwickelten Verschlusssystem Pull-in-Push lässt sich der Behälter leicht öffnen und schließen. Dank der praktischen Zubehöraufbewahrung können sowohl mitgeliefertes Zubehör als auch der Saugschlauch griffbereit und sicher am Gerät verstaut werden. Egal ob Flüssigkeiten oder trockener Schmutz, die Kärcher Mehrzwecksauger sorgen für kompromisslose Sauberkeit. Das Elektrokabel wird am integrierten Kabelhaken eingehängt und ist so aufgeräumt und jederzeit griffbereit. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.